Ich wandere durch die Straßen von Hamburg Ende des 19. Jahrhunderts. Ich, Elisabeth Wiese, eine scheinbar gewöhnliche Hebamme, entpuppe mich als eine Schattenfigur, die in grausame Verbrechen verwickelt ist. Als die Engelmacherin von St. Pauli bin ich bekannt geworden. Ich nutze meine medizinischen Kenntnisse, um Neugeborene und deren Mütter heimlich zu töten. Meine Methoden sind raffiniert und erschreckend, Gift, Ersticken, brutale Gewalt. Schließlich wurde ich gefasst und vor Gericht gestellt. Mein Urteil? Zum Tode verurteilt. Ein seltenes und schockierendes Ende für eine Frau jener Zeit. Bin ich eine Hebamme oder ein Monster? Taucht ein in die dunklen Kapitel meiner Geschichte und urteilt selbst.